logo ja da sind viecher draußen ich weiß ich werde erstmal was essen vor schreck das ist euer aussehen wer der episoden ändert das ist unser markenzeichen da sind die männer der sichter entweder maximal pigmentiert der penner der pedo onkel oder der drogenboss mexikaner ja gibt es irgendwie noch einen vierten also nein bis jetzt noch nicht außer wenn wir vielleicht vier leute sind irgendwann mal ja guck mal ich habe ihn gerät nach mir ist gar nicht immer doch ich habe ihn gefunden ja warte ich habe sie gerade versucht durch das flugzeug ich habe ihn getroffen weil ich will sie in ein stück haben zerteilen tue ich sie ok alex wollen wir mutig sein und rausgehen ich habe eine mali dabei ok die sind alle hinten am heck links links im meer ist einfach 5 hier schmeißt den scheiß mal nie drauf da ist irgendwo fest ja rechts hinter dir euch geht die action nicht schnell ein lagerfeuer auch die nutte auch alex alex wir müssen uns zurückziehen ja ich wollte gerade n drücken für night vision oh ja da ist nur ein hinter uns ich glaube wir holen aua irgendwas hat mich gerade noch mal angegriffen ja das war ingrid wir bringen ingrid mit joe sehr schön sehr schön gott ich habe keine ausdauer mehr joe äh äh alex geht es dir gut gefällt dir gerade gegen ingrid sag doch was dann helfe ich dir ingrid ist weg wie ingrid ist weg ist sie weggelaufen ja da ist sie moment bei mir bei mir warte jetzt ist sie weg hey blaue bären ich glaube wir haben sie abgehängt ok ich habe meinen sackbeutel noch nicht gebaut du hast den sack rausgeholt ne er hat noch gar keinen das ist schlecht ok ich würde sagen wir gehen mal ganz schnell zu joe wieso der chillt doch ja ich hätte ihnen gerne die ingrid mitgebracht aber die wollte er nicht ich wollte auch die ingrid ja aber sie wollte nicht sie wollte nicht sie war sich uneins unschüssig ach das ist sie immer tja man muss sie ein bisschen spinnen ne aber globo ja wo bist du da wo mein name steht hier oben ja warte mal dann guck mal guck mal Richtung himmel bitte das sind sterne ich habe nichts ich habe es gehört aber ich habe es nicht gesehen das tut wahrscheinlich guck mal du hast die sonne aufgeweckt ne siehst du mal ja hat funktioniert aber ich musste mal kurz äh meine mein timer holen hast du den timer vergessen hast du den timer vergessen ach ja immer so oh da links wieso ich glaube von links irgendwo oh Gott ne da sind sie überall da hinten das ist die patrouille das ist der große oh 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 fick dich fick dich oh oh hat er dich gehauen erwischt ich helfe euch wo sind sie da läuft er weg oh jetzt kommt die double penetration hier triple aua oh da ist noch ein zweiter da ist noch einer warte ich mal erstmal den auf wohnen tot ok er ist tot er denkt da sind noch zwei da sind noch zwei da sind noch drei ich bin down ich bin tot oh Gott hier sind zu viele i need a revive manic ich bin tot na ich bin hoch ich bin auch hinüber ok ich verpiss mich oh Gott wo kommen die auf einmal alle her ey oh Gott meine Freunde sind alle tot days survive zero oh und Joe bei dir ich war sieben Tage ok was meinst du ja das meinte ich achso ich hab sieben Tage überlebt oh ne da ist noch einer die die sind überall ich fang wieder bei null an ich fang wieder bei null an ich fang zu meiner Leiche du kannst noch eine Leiche aufsammeln quasi naja du kannst noch eine Leiche aufsammeln quasi du hast mal mit ich hab wieder was zu fressen noch was zu trinken noch was zu trinken ich kann nicht sprinten einfach nur die da in die Steuerung gewöhnen hab ich auch die Mausse zuerst ganz äh hochgestillt die Sensibilität ganz so leee boah die haben uns so überrannt ey aber ich glaube das war wegen der Flair die wussten dann ganz genau wo wir sind kann sein dass die das irgendwie angelockt haben ok ich bin unten bei den Höheneingang was bei meiner Leiche ja hier ist ne Flair ich seh es ne ich hab ja die Flairgarn benutzt jo ich hab glaube ich meine Leiche ne what the fuck hä du nimmst nicht ich bin über meine Leiche rüber gelaufen und dann ist alles verschwunden mhm na du nimmst nicht alles auf nur bestimmte Sachen boah Gott hier ist einer wieder ist dich na ich seh dich ne ich seh den Klu da oben laufen heils Maul ich glaube er ist tot ja hast du jetzt ein paar Klamotten zu ja jo 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 er ist tot du alter Pedro Onkel ich hab meine Klamotten nicht mehr meine Sachen gar nichts mehr gar nichts mehr ich bin gerade drüber gelaufen und ist hier verschwunden achso mhm scheiße und du Alex mhm also ich bin jetzt drüber gelaufen und habe also mir fehlt fast alles ich habe gar nichts mehr ich habe nur diese komische Planex okay 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 wir sollten schnell zurück ins Lava ich muss ganz ganz dringend was essen ja okay alter kack ey ach vor kamen die auf einmal alle her das ging gar nicht wir hätten vielleicht doch den Tag abwarten sollen und dann das losrennen mhm naja naja rechts von mir und ich kann nicht wegrennen wo ist er denn da sind schon wieder oh fuck das sind drei Typen oh hinter der Alex ich kann nicht rennen das ist glaube ich so ein großer aus der Hühle oder oh oh wirklich oh scheiße ich bin tot das sind die großen aus der Hühle alter oder die Tentakel Wichser nein nein das sind nicht die Tentakel Wichser die ganz ganz großen Wichser ach die 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 erst komische Geräusche machen die aus der Hühle kamen wo ich die mit Molotows abgeworfen habe da hinten schreit auch noch eine alte alter alter what scheiße okay ich bin wieder am Flugzeug ich hab nicht mal die Flugzeuge angesetzt ich hab kein ich hab kein Leben mehr ich hab kein Essen kein Trinken ich auch nicht aber ich hab ein Energy hier noch gefunden soll ich dir einen Lurich mit auf den Grill schmeißen? ja bitte hab das geschafft oder? wir sind gleich da ah ok ach sind wir alle drei draufgegangen hier das muss auch mal gezeigt werden guter Start für die Folge auf jeden Fall erstmal bei drauf gehen also ich wäre dafür dass wir den Fall auf jeden Fall jetzt erstmal mit den Äxten so fertig bauen die wir jetzt haben mit dem auf dem jetzigen Stand dass uns so schnell keiner überfallen kann sozusagen hey guck mal ich hab da einen Stock eingelegt hey du hast einen blutigen Stock geklaut ist er bei dir auch blutig? da ist er nö war er nicht wo ist er? ich kann auf dem Boden nein das ich da nicht ich kann nicht rein bei mir nicht ja technische Schwierigkeiten mhm hast du das schon geworfen? ja ja ist er bei dir schon explodiert? ja ja bei mir nicht ok ich glaube wir müssen langsam raus es läuft immer noch eine komische Patrouille auf der Stelle gegen den Felsen Vorsicht da kommt einer links aber wir flitzen? ach komm hier wir flitzen ich hab bis jetzt nur zwei von der Patrouille gesehen oh Gott die sind hinter uns Lauf au sie haben mich irgendwie erwischt dich? ja schon wieder diese Huren Alex wo bist du? mh ich bin links von dir da hinten ja das ist grad ziemlich laggy mhm da läufst man hier grad gegen den Stein und leckst dich grad wieder weiter nach vorne ich hab wieder ne ich hab ne 50er abhin gerade oh oh warum sind hier what the fuck Leute? was hast du gelovo? ich sag jetzt zwei Türen zwei Türen? keine Ahnung äh direkt links von euch ne guck dich links da sind Leute da ist ne Patrouille da sind bei dir hier nicht zwei Türen in der Tür die gehen weiter die sind jetzt direkt bei euch aber scheiß drauf geht da einfach aufrecht weiter guckt euch erstmal die Tür an ich seh ja keinen so die sind hinterm Wal hier ist keiner hier ist keiner wir sind weitergegangen ich sitze grad voll geil in der Luft Leute ich sitze in dir drin äh warte ja setz sie auf mich warte so beginnen wir die Aufgabe aufnahmen ok die Aufgabe genau ich nehm grad schon ein paar Schlüsselfragmente auf dass ich in dir drin bin ja ne du bist äh in mir du bist in mir ok ich bin ich bin in dir ok danke ne joe der gefickte ist der schwule ne ja mir egal gehen wir aber nochmal weg nein du sitzt ja auf mir drauf wie soll ich da weg gehen ich bin doch weg ehrlich bei dem Loch habe ich das gar nicht gemerkt bin ich wieder in der Luft ja das moderne Sitzen geht zwar ein bisschen auf die Oberschenkel aber sonst bei mir sagt das 33 M10 in joe da kommt ein Typ hin wo alter wo kommt ihr her er hintert das raus versteckt dich versteckt dich hock dich hin hock dich hin hock dich hin ich hocke ich steh gleich beim Baum ja hast du irgendwie eine Bombe oder so ja ich hab nen Bogen ich glaube nicht dass der Bogen richtig hilft das sind nur zwei das sind nur zwei theoretisch können wir die kaschen nein 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 wir warten erstmal da ist ne Ingrid die hole ich mir nein aber warte warte wir warten Alex die laufen dir genau entgegen ne wie müssen wir crushen kommen ne tun sie nicht doch die laufen wir ich umlaufe die ja gerade läufs direkt drauf zu enttäuscht ich hab daneben geschossen I fuck you bitchy dude ich hab ihr genau in den Schritt geschossen oh sie kommt die Alte läuft weg sie hat ihren Macker geholt der Macker kommt der Macker kommt die Alte kommt ich hab keine Feine mehr Rückzug Bogenschützen holt eure Nachkampfwaffe raus ja scheiße ich hab auch keine Feine mehr fick dich alter du Hure alter fick's Kind fick dich ok versuch sie zu tanken ja ich nehm sie von hinten jawoll ich hab ne Ingrid sie ist zu Ingrid geworden ich hab sie ich hab sie das ist meine er ist er ist er ist hinter die Höhle geschleppt ich glaub ihr Macker steht da hinten nimmst du schon auf? ja alter das wird so eine aufwändige Folge werden oh alter ich krieg's nicht mehr ne oh die Ingrid hat mir alle mal du guckst du weggehauen ey scheiß Schlampe musst du mir blocken Kollege hab ich ja achso du trägst sie quasi wieder war geil wie du sie trägst ach siehst du dass ich sie trage? naja ich sie halt wie ich sie zwar wie du sie trägst aber nicht dass du sie trägst ey guck mal unser stark pigmentierter ist Annika aber Leute jetzt müssen wir warten bis wieder Tag wird damit die Traumsequenz äh einigermaßen glaubwürdig rüberkommen kann ok ich speichere jetzt ab ok so wenn die Ingrid bleibt ich hab gespeichert die Ingrid ist weg ach du hast sie gib mir mal die Ingrid wieder ich hab sie in angenehmere Position gelegt ach guck mal was Ingrid für für Fingernägel hat Alter so kann man sie voll gut betrachten ey guck mal her ihr Gesicht achso ich dachte ihre guck mal die lächelt immer noch DAS LÄCHTEN DRIBE I DIA AUS ach da der Blitz aber sie hat irgendwie so ne Frisur wie so n wie so n Mönch war vielleicht vorher eh ne ameno boah ich wollte sie grad von hinten begatten wo sie hin? da hat sie wieder gelungen hat sie sich auf seinen Felsen gelegt nicht geh weg geh weg du musst das Licht anmachen aaaaaaah bekloppt der Typ ey aaaaaaah guerr glatte 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 jetzt hat Ingrid keinen Kopf mehr und er ist so ein Mann Kopf geworden da ist Transvestiten hier ich sehe sie nicht mehr sie liegt auf der bank ich glaube wir kriegen sie nicht mehr hoch jetzt doch boah alex hier mit der körperspannung ich bin noch nicht fertig na gut so ich muss ja anders ok fertig ok jetzt bei dir nein jetzt jetzt nein nein jetzt spring mal und du mal jetzt fertig da ist nicht mehr jetzt nein ja ja nein jetzt nicht mehr jetzt wieder jetzt nicht mehr jetzt wieder jetzt nicht mehr jetzt wieder jetzt ich sehe das im schatten ey was machst du wow hier ist ein vogelfeuer landet ich stehe nur für dich komm her hasi hasi du es einer boah das ist perfekt das ist perfekt hier kommt er so mit seinem schwarzen stock an und hat so ein kleines troll face finde ich so trolalalalalalalalalala warte mal, geh nochmal an die knie geh ich in die knie? ja, und jetzt machen wir den kopf vor und zurück Ja, so ist es schön. Bist du schon auf? Die ganze Zeit auf. Ja, wer ist der Papa? Wer ist der Bus? Hier weg. Jetzt hast du meinen Sack wirklich am Mund. Just by the way. Hände hoch, Hosen runter. Soll ich dir mal Zeit zeigen? Geh weg. Ich hab gesagt, geh weg. Komm, ich zeig dir einen echten Hasen. Ich geh doch gar nicht weg. Oh, warte mal. Du weißt, was passiert? Ja, Artillerie? Nee, die Typen kommen wieder alle an, weil du hier mit Leuchtwackeln rumschießt. Na. Dann sterben wir wieder. Nein. Dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Nein. Tag. Nein. Genau. Und dr дело. Dann sterben wir wieder. Nein. Hey, Joe? Das ist Spaß! Warte, warte, warte. Machen wir das. Machen wir am besten so einen Tritt. Wo ist er? Oh! Oh! Sobald nach hinten. Ja, war das. Joe? Was? Ich? Du hast hier grad Rüstung angelegt. Rüstung. Kann erstmal hier nicht zack werden? Oh, dauert doch noch 10 Minuten. Hm. Hm. Pfff. 10 Wildlife Minuten. Bestimmt. Mindestens. Ich brauche noch hoffenweise Leaves. Ja. Ich brauche sehr viele Leaves. Ich habe absolut kein Weave Live. Ja. 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 Ja.